Nummer 2 ist die Variation oder Kombination Nummer 2 ist die Kombination aus Parallel 1 und Parallel 2. Also rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Jetzt Groove. Schneller. Wenn ihr den Fehler befindet, darf ihn behalten. Einmal Doppelschlag auf der rechten Hand gemacht, wo er nicht hingehört. Alrighty, bis zum nächsten Mal.